servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen tipp und reminder für euch denn aktuell könnt ihr wohl so gut ehre farmen im pvp wie selten der hintergrund ist dass es gerade eine besondere rauferei am start gibt nämlich kinderspiel ihr spielt dabei im arati becken gegen 15 ki gesteuerte gegner das gute daran ist die ki ist ehrlich gesagt nicht sonderlich smart und die runden dauern meistens keine ahnung drei vier minuten also ich würde mal behaupten es gibt selten runden die über fünf minuten hinausgehen dementsprechend könnt ihr hier sehr sehr einfach das bg gewinnen sehr sehr schnell gewinnen ihr bekommt die ehre daraus ihr bekommt die kills angerechnet und so weiter und so fort und ihr bekommt beim ersten mal diese quest hier mal was anderes gewinnt eine pvp rauferei die taucht automatisch in eurem quest log auf wenn ihr das erste mal hier die rauferei betretet ihr müsst das ding gewinnen das ist das solltet ihr auch schaffen selbst wenn fünf leute aus eurem team afk sind dafür bekommt ihr dann halt die ehre abzeichen eroberung und ehre wir machen jetzt mal einen run einfach um euch zu zeigen wie viel ehre man da rausziehen kann ich habe jetzt auf diesem char weder eroberung noch ehre deswegen habe ich ihn rausgesucht und ja die geschichte lohnt sich ziemlich gut ihr seht jetzt hier jetzt rennen die ersten ki gegner an und wir scheppern da jetzt rein meistens teilen die sich eigentlich immer gleichmäßig auf in mine sägewerk und irgendwann kommen dann ein paar von denen an und rushen auf den hof zu aber wie bereits erwähnt es sollte keinerlei problem für euch sein die abzuwehren und so manche so wie hier jetzt die c10 tatsächlich auch mal also ein bisschen gegenwerke gibt es aber ich würde jetzt mal behaupten es ist nicht so super schlimm ihr seht jetzt hier ich bin zwar ziemlich low aber tot kriegen sie mich trotzdem nicht so jetzt ist der dude down und das gute ist halt wie jetzt unsere leute sind halt schon alle bei den stellen und an dem punkt könnt ihr eigentlich loslegen und mit allen leuten vorreiten denn wie gesagt die spawnen dann halt hier oben in ihrer base oder wenn ihr allianz halt halt hier unten und ihr könnt ihr dann ganz einfach da vorne ab farben ohne probleme so auf 14 ehre haben wir schon aber das ist ja jetzt auch noch der irrelevante part ihr seht gleich sobald wir die stelle eingenommen haben wird die punkteanzahl nach oben rauschen und auch die ehre die wir bekommen dann nicht auch immer dabei wie lange das bg läuft sehe ich gerade nicht aber gut wir begeben uns jetzt hier oben hin zum abfarben das ist quasi der fun part dieser ganzen geschichte und wie ihr wie ihr sehen könnt die dudes kommen halt nicht mal hier aus ihrer base raus also da könnt ihr die leute halt richtig saftig abfarben und reinballern und was weiß ich da passiert halt einfach gar nichts so jetzt haben wir die fünfte base eingenommen ihr seht jetzt oben bei der punktzahl die tickt dann immer für 60 sind es glaube ich hoch alle zwei drei sekunden an dem punkt habt ihr eigentlich safe gewonnen aber ich habe es ja schon gesagt also wenn ihr ich habe noch nie jemanden gesehen der dieses bg verloren hat und ich frage mich tatsächlich ob das auch möglich ist da muss man glaube ich schon sehr ich sag es jetzt wie es ist unfähig sein so gleichzeitig kommt natürlich auch ruf bei der bg fraktion hier die entweiten und zack damit sind wir durch und ihr seht 658 ehre 52 eroberungspunkte gab es ehrenabzeichen wie man den transmog umwandeln kann es gibt gesplitterte funken der schattenflamme wusste gar nicht dass das hier auch mit drin ist aber ziemlich nice warum nicht und jetzt im anschluss können wir halt auch noch die quest abgeben das haben wir hier drin ehrenabzeichen schattenflammen restesäckchen gut die sind jetzt nicht so wichtig aber jetzt wieseln wir noch einmal hier rein da geben wir dann die quest ab natürlich die könnt ihr nur einmalig pro woche machen aber nichtsdestotrotz das waren jetzt innerhalb weniger minuten über 600 ehre ein bisschen eroberung und jetzt kommt noch da oben was drauf perfekt und theoretisch könnt ihr die quest auch noch machen bei da bin ich mir nicht sicher ob die funktioniert okay gerade mal getestet leider geht das hier nicht gerade ehre bekommen aber es zählt nicht in die quest mit rein das heißt es müssen wirklich zufällige schlachtfelder sein wäre auch zu schön gewesen aber nichtsdestotrotz eine sehr sehr gute methode aktuell um schnell ehre zu farmen um die items zu kaufen um sie dann aufzuwerten und so weiter und so fort damit danke an euch fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch mit diesem video ein klein bisschen helfen viel spaß beim farmen auch wenn es jetzt nicht super abwechslungsreich ist aber kann mal machen bis dahin habt eine gute zeit und rein gehauen viel spaß beim zu schiefen und dann 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 dann